Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Erlebt gute Nachrichten in herausfordernden Zeiten. Mein Name ist Michael Bendorf und ich gehöre zum Pastorenteam dieser Gemeinde. Heute habe ich mich mal etwas anders angezogen. Ich habe eines meiner Laufshirts angezogen. Ich bin begeisterter, passionierter Läufer und Laufen bedeutet mir sehr viel. Ich laufe regelmäßig, ich laufe viel und ich laufe, weil es mir körperlich gut tut, weil es mir geistig gut tut. Ich kann entspannen, ich kann Abstand nehmen von allen Herausforderungen. Ich kann abschalten, ich kann aber auch nachdenken. Ganz oft bin ich auch dabei und denke strategisch während des Laufens oder ich nehme mir einfach nur die Zeit, um zu beten. Eigentlich habe ich nicht wirklich Zeit zum Laufen. Aber ich weiß, dass ich mir die Zeit nehmen muss. Und vor diesem Hintergrund mache ich das immer so, dass ich mir im Frühjahr und im Herbst einen Marathon auswähle und mich sehr frühzeitig dazu anmelde. Und in dem Moment, wo ich mich angemeldet habe, weiß ich, ich komme jetzt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Ich muss mich aufmachen und laufen. Ich habe einmal beispielhaft eine Medaille mitgebracht vom letzten Berlin-Marathon aus 2019. Mit dieser Medaille verbinde ich eine persönliche Geschichte, die etwas zu tun hat mit dem, was ich uns heute gerne weitergeben möchte. Ein Jahr zuvor, also im Herbst 2018, wollte ich eigentlich den Frankfurt-Marathon laufen. Ich war gut vorbereitet und 14 Tage vor diesem Lauf passierte mir etwas Tückisches. Ich bin locker gelaufen, habe locker trainiert und von jetzt auf gleich hatte ich einen Wahnsinnsschmerz in meiner Fußsohle mit der Konsequenz, dass ich anschließend eine Woche lang fast nur mit Krücken mich bewegen konnte. Ich bekam vom Arzt eine Diagnose und diese Diagnose sah so aus, dass ich zunächst einmal wirklich so einen kompletten sportlichen Shutdown machen musste. Über drei Wochen. Drei Wochen lang überhaupt kein Sport. Damit war der Frankfurt-Marathon gelaufen. Shutdown, dieses komplette Runterfahren, ist ja auch ein Phänomen, was wir in diesen Tagen kennen. Gegen unseren Willen fährt auf einmal alles runter. Und damit musste ich mich irgendwie arrangieren. Drei Wochen Shutdown, kein Frankfurt-Marathon. Naja, die Therapie war, dass er sagte, okay, nach drei Wochen können Sie sich mal ganz vorsichtig rantasten. Er hat mir Übungen gezeigt und dergleichen mehr. Und natürlich habe ich fleißig gegoogelt. Die Diagnose habe ich bekommen. Ich wollte natürlich ziemlich genau wissen, wann geht es endlich weiter? Wann ist mein Shutdown, mein persönlicher Shutdown vorbei? Ich las einen sportmedizinischen Artikel nach dem anderen und stellte fest, okay, wenn ich Glück habe, kann ich nach ein paar Wochen schrittweise beginnen. Wenn ich Pech habe, zieht sich die Verletzung über Monate hin, bis hin zu einem Jahr. Das war für mich schon ziemlich ernüchternd, aber ich dachte, komm, so schlimm wird es nicht werden. Es wird kein Jahr werden. In diesen Tagen damals habe ich dann eine Zusage bekommen für den Berlin-Marathon, dass ich daran teilnehmen darf. Man wird für Berlin ausgelost, weil es so viele Bewerber gibt. Und ich wusste, okay, in einem Jahr könnte ich Berlin laufen, aber bis dahin ist doch sowieso alles wieder gut, dachte ich. Aus den wenigen Wochen Shutdown wurden noch mehr Wochen Shutdown, weil der Schmerz einfach nicht weichen wollte. Und so kam ich ganz allmählich in den Dezember hinein und der Schmerz war da und ich konnte nicht laufen. Es ging weiter in den Januar, in den Februar, in den März. Immer wieder versuchte ich ein paar Kilometer, ein paar weniger, aber es funktionierte einfach nicht. Und ich kann mich daran erinnern, im April, also sechs Monate nach der Verletzung und sechs Monate vor Berlin, dass ich an einem Sonntagabend nach drei Gottesdiensten nach Hause gehen wollte, zum Auto auf den Parkplatz gehen wollte und ich stellte fest, dass ich am Rumpeln war, weil der Schmerz nach drei Gottesdiensten wieder so immens zurückgekommen ist. Und ich war echt frustriert. Ich war wirklich immer noch bei meinem persönlichen Shutdown und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Aus drei, vier Wochen sind jetzt sechs Monate gekommen und ich merke, es wird einfach nicht besser. Und an diese Erfahrung muss ich in diesen Tagen immer wieder mal denken. Wir haben so diesen massiven Shutdown und wir wollen es nicht wahrhaben und wir wollen es nicht glauben und es schmeckt uns nicht und wir hadern damit und ich habe auch mit Gott gehadert. Ich bin da abends zum Parkplatz gegangen und habe gesagt, Gott, ich habe jetzt drei Gottesdienste absolviert und du weißt, dass ich laufen will und es funktioniert überhaupt nicht. Ich bin immer noch ganz unten und warum greifst du nicht ein? Und dann musste ich wirklich erst einmal dorthin kommen, dass ich das wirklich so für mich akzeptiere, dass ich bei Null anfangen muss. Und dass dieser Nullpunkt für mich eigentlich der Wendepunkt war, für die minimalsten, für die kleinsten Schritte dankbar zu werden. Dankbar für das, was noch da war, für das, was möglich war. Und ich möchte uns dazu ein Psalmwort vorlesen aus Psalm 50, Vers 23, wo es heißt, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank opfern, das traf eigentlich meine Situation, weil ich Gott erst einmal nicht so richtig von Herzen danken konnte. Es war wirklich ein Opfer. Und dann ganz allmählich, Schritt für Schritt, ein Kilometer nach dem anderen wurde es allmählich besser. Aber es war wirklich allmählich. Immer wieder musste ich nachjustieren. Bin ich auf Spur? Muss ich mich wieder zurücknehmen? Ist die Lockerung okay? Also all das, was wir momentan in diesen Tagen auch durchkauen. Welche Lockerungen sind möglich? Welche sind erlaubt? Welche sind gefährlich? Wo müssen wir nachjustieren? Eventuell wieder einen Schritt zurück. Es war schon ziemlich herausfordernd. Und dann, nach vielen Monaten, war es endlich soweit. Ich konnte das Training peu à peu steigern und konnte dann endlich an diesem Berlin-Marathon teilnehmen. Endlich war also meine Freude zurückgekehrt und ich habe diesen Lauf mehr genossen als jeden anderen Marathon zuvor. Und ich wusste natürlich, ich habe hart dafür trainiert, aber im Kern wusste ich, dass ich jetzt laufen kann, ist Gnade. Wirklich Gnade. Obwohl ich ja trainiert habe, aber ich wusste, ich kann Gott nur danken und es ist letztlich Gnade, dass ich das wieder so erleben kann. Und dann, an dieser Erfahrung muss ich in diesen Tagen auch immer wieder neu denken. Wir haben so einen Anspruch, dass es bald wieder so sein müsste, wie es mal war. Das steht uns zu. Das erwarten wir, das fordern wir ein. Und dennoch tut es gut, in diesen Momenten still zu werden und innezuhalten und Gott vielleicht für das zu danken, was da ist, was möglich ist. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich, seist es hier in diesem Wort und er bahnt einen Weg, einen Weg, das Heil Gottes zu sehen. Und genau das wünsche ich dir in diesen Tagen. Dass du anfängst, Gott für das zu danken, was da ist. Dass du erkennst, dass all das, was wir noch geschenkt bekommen, wirklich nur Gnade ist. Und dass wir mit einem dankbaren Herzen unterwegs sind, von Etappe zu Etappe. Und am Ende werden wir vielleicht, so wie ich damals, das, was wir dann haben werden, umso mehr genießen können und sagen können, was für eine Freude, dass wir wieder da sind, wo wir sind. Nicht, dass wir ein Anrecht darauf hätten. Nicht, dass es uns zustehen würde. Sondern, weil Gott Gnade schenkt. Und diese Gnade wünsche ich dir und die wünsche ich mir und uns immer wieder neu. Danke. Wenn du magst und weiterhin informiert werden möchtest, kannst du gerne die Glocke aktivieren oder auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Alles Gute. Tschüss. 훈i. Tschüss. Pascal. messedonesis. Ich invite... gadget wird. Ich bin Может tier hacke. depicted sein. Wollhatswạnterks.